Die Vorspeise wurde eiskalt serviert. Toni Kroos und schon führt der FC Bayern. Jetzt kommt der Hauptgang. Das beste Rezept fürs Achtelfinale. Abkochen, abschrecken und einschenken. FC Bayern gegen SSC Neapel. Ciao Napoli. Die UEFA Champions League. Run am nächsten Mittwoch ab 20.15 Uhr live in Sat.1. Die UEFA Champions League wird Ihnen präsentiert von Ford und PlayStation.